Ich habe eine 9 Plus Flügel, ja. So, die Hände bleiben hier vorne dran. Und die Ellenbogen klappst du komplett nach vorne. So musst du fliegen. Die ganze Zeit. Geht das mit der Kamera? So musst du fliegen, die ganze Zeit. Ja, bis ins Ziel. Und wenn du unten ankommst, einfach noch eine Runde liegen bleiben. Ja. Hast du Brüche gegeben? Wirklich? Ja. Ich habe oben Bestätigung erhalten. So, Freunde, geht los. Jawohl! Wuhu! 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 Oh mein Gott. Wie war's? Es war super. Ich hab sie ein bisschen schneller vorgestellt am Anfang.